Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer Folge Who's Your Daddy? Ja, ihr habt richtig verstanden. Heute sind wir Papa und Baby. Es wird ein bisschen wie Baby in Yellow, Leute. Ihr wisst, ich habe die besten Vaterqualitäten und Broxy und Kasparo sind auch dabei. Wenn ihr Bock auf die Folge habt, lasst auf jeden Fall schon mal Like da. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Wir gehen rein und sehen uns drin. Junge, was ist das denn für einer? Warum hat er eine Mütze auf? Denu! Leon, was geht ab? Hör ich da meine Babys schreien? Wo seid ihr? Seid ihr? Ah, ihr Babys! Hey! Papa, warum hast du einen Zylinder auf? Ja, weil ich auch einen realen Zylinder trage. Junge, du bist so hässlich. Ach, da bist du im Schrank. Du kriegst ja... Du kriegst ja eine Mütze, na? Was ist? Was geht da denn ab, Digger? Also, was ist los? Junge, deine Beine sind in der Schulter. Oh, Mann. Papa, ich habe Pianospielen gelernt. Guck mal. Oh, das machst du schön, mein Kind. Gib her! Gib mir her das Ding! Hey! Nein, das geht weg! Oh, er hat mir das Piano weggenommen. Ich bin durch den Lüftungsschach gesprungen. Nein, ey, 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 lass mich runter! Lass mich runter, Papa! Papa, ich bin in der Küche! Weiß ich nicht! Ich seh doch nichts, wie wird es schlecht! Oh! Du sagst mir jetzt... Ich bin in der Küche! Oh, der Toaster sieht ja interessant aus. Ey! Papa, was kann man mit dem Toaster hier machen? Hallo, lässt du den mal los? Lass uns mal den mit dem Toaster-Toaster. Los, steck das Ding da rein! Steck das rein! Wo ist der Toaster? Papa, ich kann den Toaster in die Steckdose. Ey, hör auf! Hör auf damit wirklich! Nein! Gib her das schöne Ding! Jetzt geht's nicht selber! Aber ich will doch immer... Ich will auch mal Toastbrot machen! Nein, nichts Toast! Hallo, jetzt hör auf! Hör auf! Hey, was passiert hier? Gib mich an, guckst! Hey! Was guckst du so? Was guckst du so? Ey, du bist so hässlich! Wir wollen im Garten spielen! Ja, aber seid vorsichtig! Da hinten ist der Schuppen! Im Schuppen ist ein Hammer! Bestimmt! Oh, da ist ein Grill! Aber! Ja? Kannst du uns was zu trinken holen von drinnen? Ja, ich bin durstig! Ihr bleibt aber hier! Wir bleiben auch ganz artig! Ja, ja! Du fällst nicht in den Pool! Pass auf! Komm, weg vom Becken! Okay, also ich hol euch was zu trinken! Wir haben Durst! Papa, jetzt hol uns was zu trinken! Wir haben Durst! Ja, okay, ich hol ja was! Nee! Okay, ich hol das Babymobil! Wollt ihr auch hoch? Ja, doch, doch! Bring uns... Papa, ich hab das Babymobil rausgeholt! Was ist das denn? Ich fahr jetzt mit dem Babymobil! Ist das nicht zugefroren, oder was? Hä? Darauf erst mal ein Schiss! Was ist hier denn? Äh... Nein, denno! Denno hat es klingelt! Ey, 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 ey! Komm her! Papa, jetzt hilf ihn doch! Komm raus! Nein, Kevin ist gestorben! Jetzt komm raus! Ich kann dich nicht nähen! Kevin! Kevin! Sind wir eigentlich ein Paar? Sag mal... Ja, moin, Alter! Sind wir eigentlich... Ey, süßer! Was hast du eigentlich für die hässliche Brille angezogen, Junge? Warum spiegelt ihr? Okay, okay, pass auf! Wir gucken mal nach unserem... Digga, dein Kind! Wieso das denn? Warte, guck ich mal an, guck ich mal an, guck ich mal an! Hahaha! Jetzt mach doch auch mal, mach doch auch mal! Hahaha! Hahaha! Deine Augen, Digga, was? Hey, Sohnemann, wo ist der denn? Nein, alles gut! Kaspar, bist du wieder im Schrank? Komm mal her! Sag mal, was machst du denn da? Hey! Hört auf, 5%! Ja! Ich hab irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was! Viel Erfolg! So! Hier ist ein Babygitter vor der Tür, ne? Und wir machen erstmal den Schrank zu! 12 Sekunden später! Wer ist in der Badewanne? Ich bin gleich tot! Nein! Ja! Ich hab gewonnen! Böses Baby! Ja! Ich bin ertrunken! Wollen wir mal nach Kleinen Denno gucken, ob Kleinen Denno schon eingeschlafen ist? Okay, wir gucken mal, was ist! Ich bin so verwehrt, ich hab zwei Väter! Was ist das denn? Hahaha! Das ist was ganz normales! Ich glaub, Kleinen Denno schläft doch nicht! Guck mal, was ist das denn? Hey! Kleinen Denno, wo bist du? Ich glaub, der ist im Schrank! Ich glaub, der ist im Schrank! Ja! Hier ist seine... Denno? Wo? Ah! Da seh ich doch den Salamander! Kleinen Denno! Komm her! Da ist doch der von mir! Ihr seht so hässlich aus! Nach welchen von euch komm ich eigentlich? Nach welchen? Hahaha! Okay, okay, was wollt ihr jetzt machen mit mir? Tschüssi! Ich hab den Kuchen hier aufgesperrt! Hä? Du bist wohin? Ich bin weg! Runter, runter, runter! Oh, der Mülleimer ist in mir gekommen! Oh nein, dann geht er an die gefährlichen Sachen! Wo bist du? Ich bin im Waschraum! Ist er gar nicht! Ah! Erst glaub ich... Jetzt hab ich den Mülleimer! Bist du hier irgendwo? Hä? Ich bin wieder oben! Mh... 6 1,5 Stunden später! Wir haben so einen großen Pool im Garten! So groß! Lass da an! Denno ist am Pool! Hör auf! Oh, okay! Komm hier nicht her! Sonst geh ich in den Pool rein! Du kommst hier nicht her jetzt! Armchen sind so klein! Denno! 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 Wag ist ja nicht! Denno! Wag ist ja nicht! Wag ist ja nicht! Wag ist ja nicht! Lass mich in Ruhe! Ich geh hier... Oh nein! Oh nein! Du gehst erst mal hier in die stille Ecke! Ich geh rein! Nein! So! Hier! Bodi meinte, bis um 4 Uhr, dann kommt sie wieder! Leute! Als ob ich nicht der beste Babysitter bin! Mal ganz im Ernst! Wir gucken uns die Kids mal an! Alter! Was seid ihr denn für Hesletten? Ja! Hey! Ruhe! Wenn ich rede, sind die Babys leise! Ist das klar? Du kommst her! Du kommst jetzt mit! Oh nein! Wo ist sein Bruder hin? Vater, wir kommen nach dir! Du hast dich grad sehr beleidigt! Sag mal, bist du hier im Schrank? Du versteckst dich gar nicht! Sag mal, willst du mich hops nehmen oder was? So! Rein da in... Rein da in den Mülleimer! Rein in den Mülleimer hab ich gesagt! Was Spüli? Was Spüli wo? Oh nein! Keine Batterien! Nein! 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 So! Pass mal auf! Du isst Batterien! So! In die Waschmaschine! So Junge! Du isst Batterien! Findest du die Batterien immer noch so lecker? Findest du die immer noch so gut? Ist der hier Batterien der kleine Hosenscheißer? Reicht mir langsam! Da bist du! Oh mein Gott! Der ist ja schon ganz grün der Junge! Erzähl das nicht Mama! Erzählst du das Mama? Leute! Wenn ihr nicht wisst, was ihr in solcher Situation machen sollt! Nimmt das Baby einfach mit! Ich bring dich nach draußen! Wir baden ne Runde! Rein mit dir in den Pool! Ich erzähl das Mama! Und dann sag ich wie scheiße du aussiehst! Spuren verwischt! Pssst! Ja Leute! Das war's mit einer Folge Who's Your Daddy! Falls euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da! Schallert ruhig mal ein Abo raus! Wenn ihr noch nicht abonniert habt, checkt die anderen Videos von Broxo und Kaspar aus! Das liegt gleich hier verlinkt! Leute! Falls euch das Video gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare! Wenn ihr mehr davon sehen wollt! Ich wünsch euch einen schönen Tag! Macht's gut! Denno out!